Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux, mein Pool. Die Joyeux ist ein sehr langes Zeit, aber dann hat man die Kraft, wenn man braucht. So, die Evolution von der Hölle ist es, die Erwärts ist, die Hölle ist. Man kann eine sehr langere Autonomie auf eine sehr langere Hölle, aber die schneller man geht, dann wird die Batterie schnell verändern. So, bald, die Markt wird explodiert, denn es gibt viele Jahre, wo die Elektrik kann gehen. However, die Elektrik ist nicht für die Professionale, denn für uns ein paar Marken ist es nicht möglich, mit Elektrik zu erreichen. Aber es gibt viele, viele Plätze, wo wir ökologisch und grün sein können und elektrische Boats. Dieses Boat ist 40.000 Euro.